Bei einer Trennung oder Scheidung spielt oft die Immobilie eine große Rolle. Für mich ist das Ganze nur eine Immobilie, aber für das Ehepaar oder für das Pärchen stecken da ja ganz viele Emotionen mit drin. Das heißt, man hat dort seinen Geburtstag gefeiert, Weihnachten, man hat vielleicht gemeinsame Kinder großgezogen oder die Immobilie vielleicht sogar selbst gebaut. Das heißt, da schwingen ganz viele Emotionen mit. Und dann ist oft die Frage, was passiert denn jetzt in diesem Trennungsprozess mit der Immobilie? Kann vielleicht einer der beiden dort drin wohnen bleiben? Was passiert mit der Finanzierung? Wenn wir jetzt verkaufen, gibt es eine Vorfälligkeitsentschädigung bei der Bank? Welche Kosten kommen auf uns zu? Ganz, ganz viele Fragen beschäftigen einen dann in diesem Verkaufsprozess. Und da sind wir genau der richtige Partner, der einem im Prinzip genau diese Arbeit abnimmt. Das heißt, das Pärchen oder das Ehepaar kann sich auf die emotionalen Dinge konzentrieren. Und wir kümmern uns darum, dass der große Vermögenswert hier vernünftig abgearbeitet werden kann. Das heißt, wir unterstützen den Kunden, nehmen ihn an die Hand und leiten ihn durch diesen Prozess durch. Wenn Sie sich auch gerade in einer Trennung oder Scheidung befinden, dann sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne.